Ich heisse Raphael Wüthrich und studiere im Bachelor im sechsten Semester Law & Economics, das heisst Rechtswissenschaften mit Wirtschaftswissenschaften. Wieso ich dieses Studium gewählt habe, hat verschiedene Gründe. Zum einen ist Law & Déco der Studiengang, der uns auf die Schnittstelle zwischen Recht und Wirtschaft vorbereitet, also genau die Stelle, die in der Wirtschaft immer wichtiger wird in Zukunft. Ein anderer Grund ist, dass das Studium selbst enorm interessant ist. Das bedeutet, nebst einer sehr guten Grundausbildung im juristischen Bereich haben wir die Möglichkeit uns zu spezialisieren in den wirtschaftlichen Bereichen, das heisst Fächer zu wählen in der Volkswirtschaft, Betriebswirtschaft oder auch Informatik und so ein rein interessengeleitetes Studium zu gestalten. Dies eröffnet enorme Möglichkeiten und macht das Studium sehr interessant. Und der dritte Punkt, für mich sehr relevant, sind auch die Leute. Law & Déco ist ein sehr kleiner Studiengang, wo man sich kennt untereinander. Das bedeutet, es ist sehr einfach Freundschaften zu schliessen und ich muss sagen, die Leute sind auch wirklich cool. Ich würde mich sofort wieder für dieses Studium entscheiden und allen Personen, die interessiert sind, sowohl am juristischen als auch am ökonomischen Bereich, Wirtschaft und Recht verbunden, denen würde ich dieses Studium wärmstens empfehlen. Es lohnt sich.